Herzlich Willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal und zwar Ihr seht es wahrscheinlich nicht in der Videolänge, es wird relativ kurz werden, denn Ihr sollt Fragen für mich aufschreiben für ein etwas größeres Video, was demnächst kommen wird Wo ich von der Länge her wahrscheinlich auch in 3-4 Parts aufteilen werde Ich nehme auch die beiden gleiches, ne doch nicht, ich habe nichts gesagt Ja und da werde ich dann, dafür brauche ich dann die Fragen, ich sage mal so, es geht zumindest schon mal über mich Also begrenzt, ja eigentlich doch, es geht schon über mich Mehr verrate ich jetzt einfach mal nicht, ich hoffe das war noch nicht mal so viel Also ich finde einige Leute können sich das jetzt denken, was ich jetzt hiermit gemeint habe Aufmerksam Zuschauer Aber deswegen brauche ich eure Fragen Und zwar jetzt könnt ihr einfach in die Kommentare gehen und unter dem Hashtag Also Hashtag Frage schreiben, eure Frage schreiben Und bitte guckt vielleicht vorher, dass es eure Frage vielleicht nicht doppelt gibt Denn ich werde natürlich die bestbewertesten Fragen Also gebt einfach ein Like und die mit den meisten Likes, die Fragen, die kommen eher dran als andere Es können auch meinetwegen unangenehme Fragen sein Und sowas, ja Ich bin mir noch nicht genau sicher, wann ich das große Video dann releasen kann Weil vom Produktionsaufwand her geht es sogar Wer müsste, wer in zwei, drei Tagen fertig Warum? Hä? Ich habe noch nicht mal ein Erfolg, jetzt schon mal, egal Ähm, vom Produktionsaufwand geht es Äh, das ist halt jetzt Ja, ich möchte mal anfangen Dann brauche ich auch eure Fragen Und, und, und Und dann steht vielleicht auch bald mein erstes Sponsoring an Ähm, da bin ich gerade noch am Abklären, weil Die Firma hat mir bis jetzt schon mal ein Produkt vorgeschlagen, von dem ich noch nicht überzeugt war Wo ich gesagt habe, so, hm Das ist, das ist quasi Wie wenn ich jetzt, keine Ahnung Ich sage es immer übertrieben Einfach, mich hat eine Firma angeschrieben Ich soll Damenbinden vorstellen Was ich ja, komm, wenn ich gebrauchen kann Wo ich mich nicht hinten dran sehe Äh, so war es dann also auch mit dem Und Da ist jetzt gerade die Frage, ob ich was anderes Ein anderes, entweder ein anderes Produkt bekomme Oder ob ich das Sponsoring komplett fallen lasse Weil, das Produkt, was ich da angeboten habe Damit kann ich mich echt nicht identifizieren Und, ja Aber Deswegen schreibt mir eure Fragen in den Kommentar rein Und Ja Kann ich auch bei Cliffs so machen? Ne Schreibt es in den Kommentar rein Guckt, ob es die Fähigkeit nicht schon gibt Gebt den Like Und Ja, es ist heute ein relativ kurzes Video Ich weiß schon wieder Ich weiß auch jetzt schon wieder Dass meine Watchtube komplett einbrechen wird Ähm Aber, ja Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen Deswegen Macht's gut Ach, halt schon Lasst ein Like da Ein Abo Und aktiviert die Glocke Und macht's gut Ciao Leute Schreibt's Ciao 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 Ciao